Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer Gehäuse für unsere industriellen Sirius-Schaltgeräte. Über den Data Matrix Code findet man mit der kostenlosen Siemens Industry Online Support App alle zum Produkt gehörigen Informationen einfach und bequem gebündelt. Von Handbüchern und Bedienungsanleitungen über Zertifikate bis hin zu Applikationsbeispielen. Dieser einfache Zugang zu den Unterlagen spart Zeit und es gehen keine Informationen verloren. Für unsere Geräte stehen Klemmenvarianten in Schraub- und Federzugtechnik mit Push-in-Technologie zur Verfügung. Bei der Wahl der Anschlusstechnik ist man flexibel. Bei den Federzugklemmenvarianten werden die Leitungen schräg von vorne eingeführt. Die Klemmstellen sind dadurch gut sichtbar und einfach zu erreichen. Dies sorgt für eine schnelle Montage der Leitungen. Und das war's. Dank der abnehmbaren Klemmen bleibt die Verdrahtung beim Austausch des Gerätes bestehen. Beim Gerätetausch entferne ich die Klemmen, was sehr schnell geht. Und nachdem ich das alte Gerät durch das neue ersetzt habe, kann ich die Klemmen auch sehr schnell wieder hinzufügen. Darüber hinaus sind die einzelnen Klemmen am Gerät fortlaufend nummeriert, um Verwechslungen zu vermeiden. Durch optional erhältliche Codierstifte, welche man an der Rückseite der Klemmenblöcke findet, hier mit dem Gegenstück an der Rückseite, wird verhindert, dass ein falsches Stecken der Klemmen passieren kann. Somit ist ein schneller und fehlerfreier Gerätetausch für eine erhöhte Verfügbarkeit der Anlage möglich. Auf dem Klappdeckel sind die Klemmenbelegung und Zuordnung der Klemmen zu sehen. So ist auch im eingebauten und verdrahteten Zustand die Klemmenbelegung problemlos erkennbar. Dies vermeidet Fehler beim Anschluss und erleichtert die Überprüfung der Verdrahtung. Bei manchen Gerätefamilien können die einzelnen Komponenten per Geräteverbinder elektrisch miteinander verbunden werden. Somit ist keine weitere Verdrahtung zwischen den Geräten notwendig. Welche Typen der Geräteverbinder zum jeweiligen Gerät passen, ist auf dem Typschild zu finden. Stellen wir uns vor, wir wollen unser Grundgerät ein- und ausgangsseitig erweitern. Das Gerät mit den Geräteverbindern ganz schnell. Geräteverbinder aufschnappen und mit den Ausgangs- und Eingangserweiterungen verbinden. Und schon ist das System komplett. Sie sehen, mit den Geräteverbindern können wir Verdrahtungsaufwand reduzieren und Verdrahtungsfehler vermeiden. Die Hutschienenbefestigung mit Stahlfeder ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage des Geräts. Und das Ganze ohne Werkzeug. Außerdem sorgt sie für eine hohe Stabilität bei Schwing- und Schockbelastungen, zum Beispiel im Schiffbau oder bei Schaltschränken mit großen Schützen. Darüber hinaus stehen als Zubehör Plombierabdeckungen zur Verfügung. Damit lässt sich bei unseren Sirus-Schaltgeräten sehr einfach Manipulation verhindern, während zum Beispiel der Reset-Taster weiterhin gedrückt werden kann. Sie sehen also, unsere industriellen Sirus-Gehäuse bieten viele Vorteile. Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie es aus.